Die Cochrane-Analyse hat gezeigt, dass wenn 2.000 Frauen in 10 Jahren zur Mammographie gehen, eine Frau weniger stirbt am Brustkrebs. Dafür werden 10 zu Patienten gemacht, die es nicht geworden wären. Und 200 werden beruhigt, weil sie eine Diagnose bekommen, die dann nach Abklärung sich herausstellt, das ist gutartig. Typischerweise läuft das so ab, eine Frau kommt, sie hat etwas in der Brust mammographisch entdeckt, dann nimmt man eine Probe, dann wartet man etwa drei Wochen, bis man das Ergebnis hat. Dann kriegt man das Ergebnis und man sagt, es ist gutartig, aber Kontrolle in sechs Monaten. Das heißt, insgesamt ist die Frau etwa sieben Monate mit dem Thema beschäftigt. Und in diesen sieben Monaten kriegt sie vier Mammographien. Was passiert aber, wenn die Person Angst hat? Die Person produziert Cortisol und das Cortisol blockiert das Immunsystem. Das Immunsystem wiederum sollte die Tumorzellen töten. Das Immunsystem wiederum ich. Das Simpland der Zwischen karriere Jetschern Fuß, es ist gutartig, so Crash und die Situation haben sao. Zu Hoeller in dos. Das ist dann Além der Zwischen